Ja moin! Ich geh mal kurz reinfragen, Bob, ne? Oh, hier ist ja gar keiner. Hallo! Ach guck mal, die haben schon von uns gehört. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die wenigstens auch dran gedacht haben, hier einen Mr. Rips zu haben, ne? Nee, oh shit! Die haben keinen Mr. Rips. Was für ein Zufall, da hätte ich ja nie mit gerechnet. Was für ein krasser Storyverlauf! Heilige Scheiße! Was ist denn jetzt? Äh... Äh, wat? Wer bist du? Warum folgst du uns? Oder wir haben nur noch ein paar übrig? Oh mein Gott! Bob! Mach den Motor an! Wir müssen los! Bob! Los! Was? Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Wir haben nur noch 280 Sekunden, Leute! Mach die Scheißkarre an! Okay, okay. Einfach fahren. Right, ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß. Scheiße! Äh... Ja... Was? Nein, nur noch 10 Stück! Nur noch 10 Stück, Leute! Ach du Scheiße! Ja, ich bin doch dabei! Mr. Rips, Mann! Juhu! Juhu! Äh... Ja... Ich glaub, wir haben den Burger bekommen. Glaub ich, oder? Also... Ich dachte, da geht's... Ich dachte, da geht's runter. Äh... Ihr wisst schon. Ach Gott. Okay. Komm, wir drehen uns um. Ja. Okay, wir machen ganz schnell! Wir machen ganz schnell! Wir machen ganz schnell! Wir machen ganz schnell, Leute! Wir werden diesen Burger kriegen! Und das das letzte ist, was wir tun! Bob! Wir werden dir so'n fucking Mr. Rips besorgen! Ist mir scheißegal! Wir scheißegal, wie wir es anstehen! Wir machen es! Wir tun's! Okay. Ein paar Kilometer entfernt. Das kriegen wir hin! Schortsfeiert! Ach du Scheiße! Wir müssen ganz schnell machen! Wir müssen ganz schnell machen! Komm schon, komm schon, komm schon! Lass mich los! Lass Kamera, bitte! Bob! Mach den Wagen schon mal heiß! Okay! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Okay! Wenn das mal nicht immer so lange dauern würde mit dem Motor hier! Okay! Abfahrt! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Das wird tricky jetzt, Mann! So! Auf geht's! Bob! Halt dich fest! Schneide dich an! Es wird jetzt ein bisschen happelig! Das kriegen wir hin! Hast du das gehört, Bob? Hast du das gehört? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Okay! Rechts halten! Rechts halten! Ja, wir move'n ja schon! Ja! Sales Burger ist Wahnsinn! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah! Ah! Bob! Halt dich fest! Ah! Oh mein Gott! Bob! Wir werden das nicht überleben für den fucking Burger, Mann! Du bist doch wahnsinnig! Oh Gott! Woah! Einmal weiterfahren! Einmal weiterfahren! Nichts passiert! Nichts passiert! Ich seh' nix! Okay! Da kommt ein Zaun! Das ist schon mal gut! Ein fucking Zaun! Wir könnten ein bisschen schneller fahren! Wuhu! Fahr! Was ist denn jetzt? Ey! Willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Ich häng' fest! Was soll'n die Scheiße? Ich kann nicht fahren! Wer hängt fest? Alter! Das ist ja mal mega low! Hä? Ja! Windows findet das auch low! Ö! Hier! Ö! Ö! Ich kann kein Ö drücken! Es gibt glaube ich keine Konsole hier in dem Game! Es gibt glaube ich gar nichts! Ja toll! Cool! Das hilft uns jetzt auch nicht weiter! Also wir müssen gleich nochmal neu fahren glaube ich! Oh mein Gott ist das ärgerlich! Der Burger ist allein aber sowas von! Also ganz ehrlich! Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! Doch ich hab' Bock! Aber es ärgert mich dass wir einfach festchecken! Das ist... Mann! Mann! Keine Chance! Keine fucking Chance! Wir haben keine fucking Chance! Ist das ärgerlich alter! Mit dem Panzer könntest du einfach durch da! Das stimmt! Haben wir aber nicht! Hier! Burger! Mh! Lecker! Lecker Burger hier! Mh! Geil! Mahlzeit! Bob ist immer noch zuversichtlich dass wir... Ich kann auch leider gar nicht aufsteigen! Ich kann gar nichts machen! Bob ist immer noch zuversichtlich dass wir es rechtzeitig schaffen! Ne Bob? Alles gut ne? Easy peasy! Hol dir nen Pushback! Wäre jetzt ne gute Idee! Ja! Komm! Könnt ihr nochmal hier... Bleh! Ach man ey! Okay! Wir warten diese 30 Sekunden jetzt ab! Und dann fahren wir ganz easy nochmal! Nicht so stressig! Ganz entspannt! Wir fahren ganz easy da nochmal hin! Und das werden wir schaffen! Wir werden es schaffen Leute! Wir werden es diesmal hinkriegen! Okay! Wenn es das letzte ist was wir tun! Ist mir scheißegal! Es ist mir scheißegal! So! Drei Sekunden noch! Ich habe mich auf einen Teil der Practice makes perfect! Practice makes perfect! Ahhhh! 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 Okay! So! War was? Ich glaub nicht! Pommes makes perfect sollte eigentlich stehen, ja? Glaub ich sofort! Okay, lass uns los, komm! Lass uns los jetzt! Ich bin heiß! Komm schon! Anstatt der uns mal einen mitgebracht hätte, weißt du? Nee! Konzentration! Alles ist möglich! Okay, ich bin jetzt voll im Fokus, Mann! Ich bin im Tunnel drin! Ja, die News kennen wir schon, Alter! Ich drück schon in die Pedale, ich drück schon richtig rein! Okay, ich fahr lieber ein bisschen langsamer, als hier drauf zu gehen! Vielleicht dürfen wir auch nicht allzu schnell fahren, weil wenn wir dann da so... Ja, wir move'n ja schon! Oh Gott, wir müssen hier hoch! Alter, ich wär' fast wieder runtergefahren! Ich wär' fast wieder runtergefahren! Heilige Scheiße! Das wär' fast wieder schliefgegangen, Mann! Okay! Ganz... vorsichtig! Oh Gott! Aber gleich kommt der Zaun! Da kommt der Zaun! Vorsicht, vorsichtig, vorsichtig! Alles wird gut! Okay! Oh, ich dachte grad, wir stecken wieder fest, ne? Oh mein Gott! Oh Gott! Lass mich doch durch! Weg! Aus dem Weg! Geh weg! Alter, was ist mit dir?! Oh! 157 Sekunden! 157 fucking Sekunden, Alter, komm schon Das wird doch wohl machbar sein hier Es ist mir jetzt so ruhig Es ist mir zu ruhig auf dieser Straße Das kann doch nicht normal sein Bob, mach doch auch mal irgendwas Lass mal einen Furz ab oder so, damit wir ein bisschen nach vorne springen Ich weiß doch auch nicht Ja, 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 wir sind unterwegs Bob, wir schaffen das 125 Sekunden Ah, aus dem Weg, wow Wow Nein, 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 nein Fuck you Was soll die Scheiße Fahr doch Alter, du fettes Arschloch Viechdings Arschloch Wie steht denn der da auf der Straße Oh mein Gott 92 Sekunden Lass mich durch Alter, dieses Handling von dieser Karre ist so zum Kotzen 81 Sekunden Oh mein Gott Alles gefixt Aussparung Survival The Forest Möwe Okay, hau bloß ab, Alter 60 Sekunden Fuck Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Komm schon. 25 Sekunden. Wie weit ist das denn noch? Scheiße. Oh Gott, ein Schild. Fuck you, Schild, Mann. Nein! Oh mein Gott, wie böse ist das denn? Oh Gott, wie böse ist das denn? Oh. Wie die das einfach extra gemacht haben, diese Pisser, ne? Wie die das einfach extra gemacht haben. Man fährt volles Tempo und da kannst du doch niemals abbremsen. Du kannst nicht abbremsen. Es geht nicht. Okay. Aber wir wissen immerhin nach diesem Berg, nach dieser Bergstrecke, da müssen wir gar nicht so schnell fahren, kommt einfach nur noch gerade Straße. Und dann können wir eigentlich immer rechts fahren, außer wenn so ein Schild kommt. Okay. Wir legen unseren fetten Arsch jetzt ins Auto, schneiden Bob fest und dann machen wir das nochmal. Raketenstart. Okay, zack. Diesmal klappt es aber. Ja, diesmal kriegen wir es hin. Ich bin guter Dinge. Ja. Hätten wir diesen Crash am Anfang nicht gehabt, dann hätten wir es geschafft. Hätten wir diesen Crash mit dem anderen Auto nicht gehabt, dann wären wir safe da durchgekommen. Was machst du, Kevin? Du guckst auf diesen fucking Baum. Hätten wir probieren, sondern ob man unter die Tante durchfahren kann. Das wäre lustig geworden. Das wäre lustig, wenn das einfach geht. Kannst du das Spiel empfehlen? Ja, super, geil. Okay. Wir müssen nicht allzu schnell hier fahren. Salzburgers. Oh, rechts, 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 rechts. Alles gut, soweit. Uiuiuiuiuiui. 217. Oh, jetzt kommt gleich diese Strecke. Dings, Vorsicht. Oh mein Gott, ich dachte gerade, wir kippen da runter. Wir hätten halt nichts machen können. Wir hätten original einfach nichts tun können. Nichts. Gar nichts. Aber hier keine Zeit verlieren. Nice. Keine Zeit verloren. Okay. Und jetzt runter. Jetzt haben wir hier schon auf jeden Fall wieder Zeit gut gemacht. Weg, 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 weg. Verzieh dich, Auto, Alter. So, jetzt auf geht's. Auf geht's, Leute. Ran an den Speck. Einfach ran an den Speck, Mann. Verzieh dich, Junge. 144 Sekunden. Okay. Okay, Leute. Drückt die Daumen. Drückt einfach die Daumen. Drückt alles, was ihr könntet. Oja, weiß ich nicht. Popoloch. Ne, das heißt ja Polizei. Haben wir heute auch gelernt. Weg, 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 weg. Ich hab Hunger. Ich muss, ich muss Burger fressen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, Alter. Huh. Huh. Hundertzwölf. Komm schon, Alter. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ey, wenn die da keine Burger haben, dann rast ich aus, ne? Geht euch. Auf weg. Nein. Nein. Warum? Fuck, 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 fuck. Warum, Alter? Warum immer so ne Scheiße? Warum? Was ist mit diesem Spiel falsch? Ey, ich rast... Ey, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon. Ich rast mich, ich rast mich, Es macht es extra. Das Spiel macht es extra. Lasst uns mal kurz berechnen. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe die Formel, Leute. Man kann es schaffen. Doch, man kann es schaffen. 100%ig. Wir waren ja gerade auch direkt daneben. Da hatten wir sogar noch 7 Sekunden Zeit oder so. Und dafür haben wir noch sogar einen Crash gebaut und so. Deswegen bestellt man so einen Burger lieber ein paar Minuten. Svenja, wir sind durch das ganze Land gefahren, damit sie einen Burger haben können. Die hatten den überall nicht mehr. So. Wir brauchen die richtige Formel, Leute. Jetzt ist Party-Modus angesagt. Wir müssen jetzt hier durchballern. So, auf geht's. Ich bin ready. Ich bin im Modus, Leute. Ich bin im Tunnel. Ja, Mann. Für Indy. Für Indy, Alter. Für Indy. Ich bin in den Abfahrt, Leute. Ah! Sageburgers, man! One only left, man! Hurry up, man! I'm not married, only in jail, but... You got it? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020